Lief es perfekt für dich oder war es in der Stelle? Lief nicht perfekt, aber es war schon okay. Ich bin Cornelius Diekmann, ich studiere Literaturwissenschaft und ich kann diesen Würfel, den Rubik's Cube, in sieben, acht Sekunden lösen. Mein Name ist Tom Hörner, ich bin Journalist und ich könnte natürlich, wenn ich wollte, Tatsachen verdrehen, aber jetzt verdrehe ich mal diesen Würfel für unseren Freund und mal gucken, ich habe 15 Sekunden Zeit und er trägt dann wieder in sieben, acht Sekunden zurück. Stopp. Der Weltrekord liegt im Moment bei 4,22 Sekunden und zu Hause bin ich da schon ein paar Mal in die Nähe gekommen. Ich glaube, 4,26 war meine beste Zeit zu Hause, aber es zählt natürlich nur, was man auf Wettbewerben schafft und da ist meine Bestzeit 5,58, aber ich hoffe, dass ich relativ bald in die Nähe der 5-Sekunden-Marke komme. Versuchen wir mal, oder? Wasốt, was ich? Was. Was? Gib. Hahahaha. Fynn, du, 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 du. Wir haben die, 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 die Spiele, gesehen. Ich hab. Wir haben hier bei 4 Vorträhesin. Mögen. Wir machen zu einem das. Untertitelung des ZDF, 2020